So, laufen wir mal durchs Laufbeschäft mit Altenhütte So Die Hütten Gaudi Die Hütten So 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 Und jetzt hier wohnen wieder, da bitte bitte wieder an diesen Fernseher. Oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Buuh! Buuh! Hallo, ich hab' die 1.8. Hallo, ich bin mir dran, ich bin mir dran, ich bin mir dran, ich bin dran und ich bin dran mit mir dran. Dann kannst du mich daran nicht mehr machen, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ja, was damit du? Oh mein, das ist super. So, viel Spaß. Nächst geht's rein. Nächst geht alles. Denn bis heute wird es super. Gabi Spaß. So, so muss er mal hier rein. In die Lückenweide. Für den Topfes. In der Südkali wird es super. Gabi Spaß mit zwei. Ja, was ist super. Das ist spitze. Ich dachte noch keine Lütze. Wie jetzt geht's los? Die Wattelbrille. In die zweite. Die Wattelbrille. Da ist ein Musik hier. Ja. 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 Ja, da wird ein bisschen mehr. Ja. Ja. Alles clairement muss man das auch! Hoos, es geht nicht rein! Ja. Ja. Und àaaah! Die Griechen Abbott kommen wieder weiter! Jawoll! Ja! Bufi kommt nicht hoch! Oooooooh! Oooooooh! Hahahaha! Auf geht's, da geht's, los geht's, wir werden in der Brücke! Jetzt geht's los hier! Ab geht's, dabei sein! Ab geht's, dabei sein! Lämon rein! Das ist schön! Denken Sie zu! Dankeschön! Eski ist wieder ein. Aber wir haben uns gar nicht in diesem super Spiel angeschaut. Ich bin voll groß. Es gibt kein Spiel. Es gibt es aus über die Lache. Es geht weiter. Gaudi allen. Wir sind auch nicht Spaß. Es geht weiter. Es geht weiter. Terror. Wir machen Terror. Alter. Was muss man denn machen? Wir können hier was spielen. Was muss man denn machen? Halt mal. Hallo. Hallo. Keine Ahnung was man da machen muss. Das war an sich gerichtet. Hallo. Achso. Ok. Habe ich nicht mitbekommen. Ah. Ah. Ey. Da musst du Geld reinmachen. Es ist doch frei. Aber das habe ich noch nie hinbekommen, dass sich das mal irgendwie bewegt. Ah. Das ist ja kaputt. Das ist glaube ich der Spaß da rein. Ja. Oder oder. Das geht nicht. Guck mal die zwei Hörner zusammendrücken. Dann sehen sie auch krass. Ja. Du bist bei 2.0 und 3.0. Ich glaube das sind dazu die Leute zu beärgern. Ne. Oder ist es kaputt. Also. Ein Meter. Super Laufgeschäft. Wie immer. Ähm. Hat Spaß gemacht. Mehr zusammen. Tschüss.